Moin Leute, willkommen bei Comic-In und willkommen zurück zur Green Lantern Reise. Heute dabei die Hefte 10 bis 13 aus der Hauptreihe Green Lantern von Johns D, die bei uns im deutschen Green Lantern Sonderband Nummer 4 verwurstet sind. Und hieran, bin ich sehr froh, zeichnet nur Ivan Rice. Das ist hochklassiges Artwork, niemand der irgendwie dazwischenfunkt, das ist ein Genuss für die Augen in 4 Akten in dem Fall. Wir haben es hier mit der Thematik One Year Later zu tun. Und hier fällt nun wirklich auf, und das war immer ein Moment, wo ich mich in sämtlichen Lesevorgängen, eigentlich wenn ich es chronologisch machen wollte, immer vorgefürchtet habe. Deswegen bin ich auch genau hier eigentlich damals bei Batman gestoppt und das hat mir jetzt so ein bisschen Recht gegeben. Das hier ist ein Punkt, wo ein Timeskip, ein Zeitsprung von einem Jahr drin ist. Wir überbrücken die Zeit zwar gut und schauen noch einige Male in die Vergangenheit hier und trotzdem fühlt es sich nicht organisch an. Es fühlt sich so an, als hätten wir einfach was verpasst, was alle Charaktere ja dann doch erlebt haben. Dementsprechend macht es einfach nur Sinn, die Infinite Crisis, die ich damals gelesen habe, aber nicht mehr präsent habe, und auch das damals wöchentlich erscheinende Event 52 irgendwie nachzuholen. Und insbesondere 52, das Event, was wirklich diesen fehlenden Zeitraum dieses Einjahres abbildet, ich glaube, das ist die Reihe, wo man nochmal wirklich viel rausziehen kann, was einem im DC-Kontext auch unglaublich viel gibt. Das macht hier auch Baustellen auf politische Art und Weise, die hier beackert werden, die zumindest erstmal geöffnet werden, um später geschlossen zu werden. Sagen wir mal so, es ist nicht der Hauptplot hier in der Reihe. The Freedom of Power Treaty, so heißt es hier, glaube ich, ist ein Abkommen verschiedener Nationen, dass US-amerikanische Superhelden nicht mehr über die Ländergrenzen oder zumindest gewisse Ländergrenzen fliegen dürfen. Dann werden sie sanktioniert. Und das hat für mich so ein bisschen die Wirkung gehabt, als würde man sich hier seinen eigenen Civil War aufbauen wollen, was aber davon, also dadurch, dass ich nie davon gehört habe, wird es wohl so nicht ganz funktioniert haben. Man merkt halt, verschiedene Charaktere schlagen sich auf verschiedene Seiten, und manche Gruppen, die einen Standpunkt einer Meinung vertreten, sind dabei halt extremer als andere. Und Hal Jordan hat nun mal ein Problem in dem Fall, weil als Green Lantern ist dein Sektor die Erde. Und wenn ein Problem in China aufkommt oder in, keine Ahnung wo, in der Elfenbeinküste, dann muss er da halt hin. Und den Weltraum muss er auch beackern. Und da zählen halt keine Territorialgrenzen. Das ist Quatsch für ihn. Und deswegen verstehe ich auch den Standpunkt von Hal Jordan total, dass er darauf pfeift und irgendwie hier schon sechsmal ermahnt worden ist. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass gewisse Leute ihn, ja, beseitigen wollen. Und in dem Fall sogar ein Assassine, eine Art Kopfgeldjäger auf ihn angesetzt wird. Wobei hier noch nicht ganz klar wird, hat das wirklich mit diesem Abkommen, mit diesem Vertrag politischer Natur zu tun? Oder hat das doch einen anderen Hintergrund? Weil wir sehen dann nur einmal die Londoner Unterwelt, wo dann, nachdem der erste Versuch der Kopfgeldjagd fehlgeschlagen ist, ein neuer Kopfgeldjäger beauftragt wird. Und das Hauptziel ist halt immer Hal Jordan. Ob das nun wirklich ein Zusammenhang ist, müssen wir noch schauen. Dieser Plot wird halt angeritzt. Es geht darum, dass verschiedene Charaktere, insbesondere natürlich Olly Queen, sich große, große Sorgen machen. Auch hier wieder ganz tolle Dialoge zwischen den beiden, die auf viele, viele Jahre Freundschaft zurückgreifen. Großartig in Heft 10. Hat mir großen Spaß gemacht. Und auf der anderen Seite gibt es halt Kopierungen gegenüber Hal Jordan, die ihn, ich will nicht sagen tot sehen wollen, aber die ihn auf jeden Fall abstrafen wollen. Beispielsweise die Global Guardians, die ich zu diesem Zeitpunkt chronologisch gesehen ewig lang nicht mehr gesehen habe. Und die Gruppenformierung, also die Charaktere in der Gruppe sind mir auch alle gänzlich unbekannt, als wenn ich jetzt daran denke, was die Gruppenmitglieder damals zur Justice League International Zeit zum Beispiel noch waren. Also grundsätzlich verschiedene Gruppen, was die Team-Member betrifft. Aber das ist nicht der einzige neue Plot, der hier eröffnet wird. Denn in Ausgabe 10, oh Gott, was habe ich mich gefreut, haben wir das erste Mal einen gelben Ring, einfach so super random gestreut hier in der Geschichte, einen gelben Ring, der sich einen Wirt sucht. Und das ist Archillo, das Powerhouse des Sinestro Corps. Wir wissen hier noch gar nichts vom Sinestro Corps, nur wie der Ring seine Ringträger jetzt auswählen wird. Und das ist quasi das komplette Gegenteil zu den Green Lanterns. Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass dieses ganze Farbspektrum eigentlich erstmal nur der Gegensatz sein sollte von Gelb zu Grün oder andersrum, von Grün zu Gelb. Weil es heißt ja immer, ich als grüner Ring habe dich ausgewählt, weil du kannst große Angst überwinden. Und in dem Fall wird der gelbe Ring halt seine Ringträger auswählen, indem er sagt, du hast die Macht, große Kraft in anderen Wesen auszulösen. Ich finde, das funktioniert auf dieser Ebene zwischen den beiden eigentlich schon sehr, sehr gut. Und das, was dann später kommen sollte, war vielleicht nur noch das Sahnehäubchen. Ich weiß nicht, ob die Idee von Johns hier schon so weit entwickelt war, dass er so groß gedacht hat. Ich meine, es ist dann logisch, dass man das noch ausweitet. Aber ich vermute erstmal, die Idee war nur diese zwei Fronten hier zu erstellen. Aquilo, ja, mega geil. Mega geiler Einstieg. Finde ich richtig gut. Es waren nur zwei Seiten, aber man sieht schon, wie monströs er hier ist. Und ja, geil. Ich freue mich auf weitere so zufällige Einschübe innerhalb der Storyline, die eigentlich nichts mit dem Plot zu tun haben, wo wir dann neue Korb-Member sehen für die verschiedenen Korbs. Jetzt nicht nur Sinestro Korb, aber da wartet ja eh bald der Sinestro Korb wo und damit die große Story auf uns zu diesem gelben Korb. Also wir machen uns hier zwei Plots für die Zukunft auf, beackern aber einen anderen, der erst am Ende des zehnten Heftes so wirklich einsetzt. Wir haben gerade eine Veranstaltung von der Air Force. Auch hier wieder Bezug wahrscheinlich auf das fehlende Jahr, was wir in 52 verpasst haben. Da würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie groß war da die Rolle von Green Lantern eigentlich? Also falls ihr 52-Erfahrungen habt, dann sagt mir gerne Bescheid. Gebt mir einen kleinen Kommentar hier, um den Kontext irgendwie zu bilden für mich. Und da kracht ein Raumschiff während dieser Veranstaltung auf das Gelände der Air Force. Und in diesem Raumschiff sitzt eine Green Lantern. Eine Green Lantern, die lange, lange Zeit für tot geglaubt wurde. Es ist Toma II, den Hal Jordan damals bei Emerald Twilight aus dem Weg geräumt hat. Und Toma II soll nicht die einzige Green Lantern sein, die wir hier wieder treffen, wo wir eigentlich dachten, Hal Jordan hat sie alle umgemäht. Ich meine, das ist ein Element, was schon am Ende des Kyle Rayner Runs irgendwie so ein bisschen durchschimmerte, dass Charaktere, die wir für tot gehalten haben, doch eigentlich gar nicht tot sind. Und es ist natürlich auch eine Aufgabe von Johns, ja, Hal Jordan wieder ins richtige Licht zu rücken. Das war seine Aufgabe von Anfang an. Und das hier ist halt der nächste Step dafür. Er hat diese ganzen Lanterns gar nicht umgebracht. Ja, er hat sie bekämpft und er hat sie zurückgelassen, mehr oder weniger, im All zum Sterben. Aber sie sind dort nicht gestorben. Es ist noch etwas passiert. Diese Geschichte hier, die uns in den vier Heften erzählt wird, hätte auch ein, keine Ahnung, eine direkte Geschichte an Emerald Twilight anknüpfend sein können. Damals, 1900, wann war es? 94, 95 irgendwann. Es hätte da eigentlich genauso funktioniert, bloß, dass es jetzt halt eine viel krassere Wirkung hat bei dem, was alles in der Zwischenzeit mit Hal Jordan und den Green Lanterns passiert ist. Also das ist ein großer, großer Pluspunkt, den Johns hier auf seiner Seite hat, dass einfach schon eine Menge Zeit vergangen ist und das Mysterium der verschwundenen, toten Green Lanterns einfach umso größer ist. Das hat natürlich auch schon so ein bisschen Ähnlichkeit zu Blackest Night, die folgen wird. Die Blackest Night wird hier auch einmal erwähnt. Es ist aber noch ein viel softerer Ansatz, denn wir haben es hier mit keinem Zombie-Trupp oder so zu tun. Diese Green Lanterns leben einfach noch. Sie werden bloß gefangen gehalten. Warum wissen wir nichts davon? Es ist der Sektor 3601. Die normale Sektorenanzahl im Universum, die die Guardians auch beobachten, sind 3600. Jetzt müssen wir einen Plot aufgreifen, der in Heft 3 aufgemacht wurde. Also grundsätzlich, die Manhunter-Story war ja 1 bis 3, wo ich eher so gedacht habe, das hätte jetzt auch eine Kyle-Story sein können. Aber wir haben dann Cliffhanger gehabt, der uns den Planeten Biot zeigt, Biot, wo die Manhunters erschaffen werden. Und da hatten wir auch einen Kopf der Manhunters, den wir da noch nicht so erkennen konnten. Das wird jetzt revealed, ihr seht es wahrscheinlich schon auf dem wunderschönen Cover zu Nummer 12, Cyborg Superman. Und Cyborg Superman, ich meine, es macht super Sinn, dass er hier vorkommt. Wir hatten Mongul schon, wir haben ihn jetzt hier in den ersten 12 Ausgaben klapperst du damit beide Charaktere ab, die für Emerald Twilight größtenteils auch verantwortlich sind für den Fall von Hal Jordan. Und das macht einfach Sinn, die so früh hier auch zu etablieren wieder in dem Run. Der hat nun die Manhunters übernommen und hat das Konzept, die Ideologie, das Ziel der Manhunters angepasst. Sonst war es ja immer, wir müssen alles Lebende, alles Organische zerstören. Er hat es aber umfunktioniert zum Kontrollieren, weil es viel mehr mit Machtausübung zu tun hat. Und er hat nun also seitdem, seit Emerald Twilight, alle Lanterns, die irgendwie durch Hal Jordan getötet wurden oder auch anderweitig als tot galten oder verschwunden sind. Und das hier ist für mich der Blackest Night Faktor, wo wir sagen, okay, wir kramen alle vergessenen, irgendwie mal getöteten Greenlanden zusammen, gucken, wie können wir da uns irgendwie noch draus rausfinden, storytechnisch. Weil sind wir ehrlich, jede Story hat irgendwo ihre Plotholes und ihre Schwächen, die man irgendwie für sich ausnutzen kann und das macht Geoff Johns verdammt geschickt. Und dann holen wir uns diese, in dem Fall waren es glaube ich 25, 26 Green Lanterns zurück und benutzen die einfach für unser Co-op, was auch super ist, weil wir haben da jetzt eine Mischung aus ganz frischen Lanterns, die wir kennenlernen müssen und ganz alten Lanterns, die wir aber ewig nicht gesehen haben, die aber immer noch voll das geile Potenzial haben, Verbindung zu anderen Charakteren, was neues Potenzial ergibt. Super cool, ich mag den Ansatz total gerne. Und das spielt halt alles um unsere Hauptlanterns, unseren Kern an 5, 6 Lanterns drumherum. Wie gut ist das denn? Da kannst du so viel draus machen und ich verstehe den Ansatz total. Ich weiß nur nicht, inwieweit das abschließend logisch ist für Cyborg Superman, denn der ist natürlich seitdem auch immer mal wieder aufgetreten, sei es jetzt bei Superman, allein in der Dino-Reihe hat er ein paar Auftritte gehabt oder auch woanders in Events. Der muss ja irgendwie in den letzten 10 Jahren, in diesen 10-Jahres-Gap, der zwischen Emerald Twilight liegt und jetzt dieser Geschichte hier, naja, irgendwie muss er ja immer in dem Sektor 3601 gewesen sein und irgendwas mit den Lanterns angefangen haben, eingesammelt haben. Und der muss ja den Fokus irgendwie drauf gehabt haben. Wieso sollte er dann, ich sag mal überspitzt, es gab eine Storyline Superman gegen Toyman, wo dann auch Hank Henshaw drin war und wieso sollte er damit seine Zeit vergeuden, wenn er hier die heftige Green Lantern-Power am Start hat und gerade mal 5 Green Lantern-Ringe um seine eine Hand trägt. Also, das erschließt sich mir nicht ganz. Ich mag den Ansatz aber trotzdem verdammt gerne. Dieser Sektor 3601 ist ein verbotener Sektor, wo wir nicht hin dürfen laut den Guardians. Hal Jordan setzt sich darüber hinweg und tut das Verbotene. Das ist ein Motiv oder ein, sagen wir Instinkt, das ist ein Instinkt der großen Green Lanterns. Kyle Rayner hat das auch gemacht in unserem letzten Video. Hal Jordan macht es hier genauso. Der genau richtig ist. Green Lanterns sind dafür da, das Richtige zu tun und nach ihrem Gefühl das Richtige zu tun. Und im Regelfall werden sie, das sind Comics, sie werden immer belohnt. Egal wie, ich sag mal, sittenwidrig die Entscheidung auch ist. Egal gegen was für Regeln sie verstoßen, letztendlich hat die Entscheidung immer eine Berechtigung. Natürlich gibt es auch Konsequenzen, aber was für mich viel schockierender ist, die Guardians, ja, sie bestrafen jetzt Guy Gardner, der mitzieht und auch Hal, macht aber nichts. Wobei, macht vielleicht doch was, kommen wir gleich drauf zurück. Die Guardians sind dafür da, ihr fucking Universum in den normalen Strukturen zu halten. Und die dämlichen Guardians haben mehr Geheimnisse und wollen mehr vertuschen als alle anderen. Was zum Henker soll das? Warum spielen sie so sehr gegen ihre eigene, ich sag mal, intergalaktische Polizeitruppe, das Green Lantern Group? Warum? Unterstützt sie doch. Wie komisch seid ihr denn? Und man merkt ja wirklich auch, wie viel Angst sie vor gewissen Dingen haben. Allein als sie einmal die Blackest Night erwähnt wird, dann sieht man dem einen Guardian die Mimik an und denkt sich, oh man, du weißt genau, was auf dich zukommt. Oder was allein jetzt die Bedrohung durch Cyborg Superman ist. Unfassbar, diese Jungs, unfassbar. Und zum Schluss plädiert ein Hal Jordan halt auch dafür, okay, lass uns dort nochmal hin, in diesen verbotenen Sektor. Wir müssen doch gucken, was mit Cyborg Superman ist. Wir haben ihn schon so oft besiegt und immer wieder hat er sich irgendwie in irgendeine Technik wieder eingenistet und hat sich dann doch wieder einen neuen Körper geformt. Also wir müssen den doch kontrollieren. Und erst mal sagen sie nein und wenn Hal Jordan dann raus ist, sagen sie, ja, oh Gott, ja, wir müssen da doch trotzdem nochmal irgendwie hin. Irgendwas müssen wir machen. Und dieser Szenenumschnitt hängt halt direkt zusammen mit Superboy Prime, der wahrscheinlich, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, ausufernd aus der Infinite Crisis irgendwie noch beim Green Lantern Corp festgehalten wird. Die Strafe wiederum für Guy Gardner ist, dass er auf den Superboy Prime in seiner roten Sonne da wach geben muss. Und ich glaube nicht, dass ein Guy Gardner so gewissenhaft ist, dass er einen Superboy Prime da wirklich gut, ja, überwachen kann. Also ich glaube, ich weiß ganz genau, warum ein Superboy Prime dann im Sinestro Corp War toben kann. Also ich werde Guy Gardner ganz genau im Auge behalten, was er hier so für Mist verzapft. Aber es wird schon offensichtlich, dass Hal hier auch immer, also ich will nicht sagen, er gerät auf Abwege, nein, aber er wird einfach so oft hier als Troublemaker angesehen, aufgrund der Vergangenheit, aufgrund seiner Entscheidung gegen die Guardians. Es gibt hier einfach neue Green Lantern Rookies, die in der Mensa auf ihn losgehen, weil er vermeintlich für den Tod ihres Vorgängers verantwortlich ist. Ganz verrückt. Auch als hier die Green Lanterns, die gefangen waren durch Cyborg Superman, auf dem Manhunter Planeten, auf Bayet, als die befreit werden, die sind natürlich auf einem gedanklichen Stand von vor 10 Jahren. Und die denken auch, Hal Jordan ist gerade in diesem Moment verrückt. Da entbrennt natürlich auch ein kurzer Kampf. Ich finde das gut. Ich finde das aber genauso gut, dass man in dieser Szene auch Arisha hat, die übrigens bei Guy Gardner in der Heftserie Nummer 43 gestorben ist, gemogelt, ne, gemogelt. Und wisst ihr eigentlich, wer Arisha getötet hat? Major Force! Good old Major Force! Also der hat wirklich viel, vielen Green Lanterns zugesetzt. Major Force ist eine echt wichtige Komponente im Green Lantern-Kosmos zu der Zeit gewesen. Glaubt man gar nicht, ne? Eingeführt bei Captain Atom, aber hier so wirklich wichtig geworden. Ja, Major Force, der Schurke macht Spaß. Durch das Auftauchen von Arisha bekommt die ganze Geschichte natürlich für Hal Jordan nochmal eine deutlich persönlichere Note und führt ihn dazu, dass er wirklich alle Kraftreserven nutzen kann und Cyborg Superman auch besiegen kann und auch die anderen Lanterns befreien kann beziehungsweise überzeugen kann, dass er halt nicht der Superschurke von vor 10 Jahren ist und das eigentlich im Innersten auch nie war. Zugleich wird auch die Alterskontroverse um Arisha hier aufgeklärt, wo es ja damals hieß, sie sei noch ein Kind und Hal Jordan sei halt schon ein erwachsener Mann zu dem Zeitpunkt und das ginge ja so nicht klar, was es auch nicht tut. Hier wird aber erklärt, dass die Zeitrechnung auf ihrem Planeten einfach ganz anders ist und sie um ein Vielfaches älter ist als Hal Jordan. Auch hier ist eine Lücke, aus der man sich rausfinden kann, auf jeden Fall storytechnisch. Es ist okay, es nimmt ein bisschen Schärfe raus und so ist die Liebelei vielleicht ein bisschen neutraler anzusehen, auf jeden Fall. Mir gefallen die beiden sehr gut, weil das Teamwork ist einfach ungebrochen super, super gut. Ich kenne keine Green Lantern-Geschichten aus der Arisha-Zeit von damals. Das war ja mindestens mal kurz bevor Kyle reinkam und genau diese Ausgaben habe ich auch noch nicht gelesen, aber ich kann es halt sofort spüren, dass da definitiv eine Verbindung war und Johns vermittelt es uns auf jeden Fall glaubhaft. Ich freue mich auf viel mehr von den beiden. Wir bekommen auch eine Erklärung, warum Cyborg Superman Coast City damals hochgejagt hat und die hätte ich nun nicht gebraucht, denn ganz ehrlich, das ist so ein abgefuckt verrückter Superschurke, der tut so eine Dinge nun mal. Das ist halt so. Aber er erklärt uns, auch hier bekommen wir natürlich nochmal ein Recap von Hal Jordan, und wir bekommen viele Recaps von irgendwelchen kleineren Storys, also irgendwelche Origins nochmal auf einer Seite zusammengerissen oder sowas, bekommen wir ganz oft in dem Fall. Deswegen bietet sich die Reihe auch sehr gut für Neuleser an tatsächlich. Hank Hancho hat seine Frau damals verloren, dadurch, dass sie auch so einem kosmischen Gas ausgesetzt waren, kosmischen Nebel. Und die kamen aus Coast City. Und immer wenn er Coast City sah, sind die Erinnerungen wieder hochgekommen. Das wollte er nicht mehr. Okay, was kann Coast City jetzt dafür? Naja, mich hätte es zufriedener gestimmt, hätte er die Stadt halt einfach so ohne Grund hochgeblasen. Es wäre deutlich glaubhafter gewesen, finde ich. Aber nun gut. Alles in allem hatte ich natürlich mega Spaß hier mit der Story, besonders weil halt auch die Zusammenhänge zu Tod von Superman, Reign of Superman dabei sind. Das ist auch eine der größten und geilsten DC-Stories, die ich gelesen habe. Es ist ein absoluter Epos. Und dazu kommt halt dieses riesige Potenzial, was du dir jetzt schon aufmachst mit der Blackest Night Light, in dem wir einfach 25 klassische Green Lanterns, die einfach verschwunden waren oder für tot galten, wieder zurückbekommen. Wir bekommen neue Lanterns und das alles wird so ein gutes, so ein guter Mix einfach, bin ich mir sehr sicher. Das kannst du halt auch nicht verhauen. Deswegen, also großartiges Potenzial, was man sich hier einfach selbst erarbeitet, selbst freischaufelt. Das wird einem ja auch nicht gerade in die Wiege gelegt. Und ich mag es total. Wir verzahnen uns hier immer mehr. Die Story wird immer komplizierter. Wir bekommen mehr Charaktere in diesen Jeff-Jones-Kosmos hier rein. Alles ist mehr vernetzt miteinander. Und das wird richtig, richtig gut. Ich bekomme langsam das Gefühl, für viele Green Lanterns, die ich zwar oft gesehen habe, aber mit denen ich nie so eine Verbindung hatte, aber wenn man jetzt in so einer Reihe ist, wo man viele Lanterns oft sieht, im Gegensatz zum Beispiel zu der Kyle Rayner Volume, wo man immer nur Kyle sieht, dann ist das nochmal was anderes. Und ja, man erlebt es einfach anders und kann nochmal andere Verbindungen zu den einzelnen Lanterns aus der zweiten Reihe auch knüpfen. Ich hab mega Bock. Ich bleib natürlich dran. Wir sehen uns. Euer Comic-In. Bis dann.